Die spezifische Immuntherapie mit Allergenen oder auch Hyposensibilisierung genannt, ist ja seit langem bekannt und wird überall auf der Welt eingesetzt gegen Allergien. Es ist so, dass hier in Deutschland derzeit viele Untersuchungen laufen, wo man noch probiert, die Dosis dieser Präparate noch einmal zu prüfen und vielleicht auch zu steigern. Es scheint so zu sein, dass bei manchen Präparaten die Wirksamkeit nicht deswegen so garantiert ist, weil vielleicht die Dosis nicht hoch genug war. Und daher wird hier in Deutschland dann versucht, mit verschiedenen Präparaten noch einmal wirklich sicher zu gehen, ob das die richtige Dosis ist, damit die Behandlung erfolgreich ist.